Ich habe zum ersten Mal von Freunden von dem Festival of Lights gehört und da bin ich irgendwie neugierig geworden. Da habe ich mir gesagt, das gucke ich mir mal an und finde es auch schon ganz toll, die Stadt mal so ganz anders kennenzulernen. Also der Fernsehturm, toll ausgeleuchtet, unter den Linden, das ist sehr inspirierend. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, zu kennen Berlin aus einem anderen Punkt, unter einer anderen Sicht. Der Festival der Lichter ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe immer das Festival of Lights hier in Berlin liebte, für alle Jahre. Was Licht kann ein Monument machen, ist riesig und faszinierend. Das Festival of Lights ist für mich eines der beeindruckendsten Festivals hier in Berlin. Weil es praktisch für jeden zugänglich ist und weil es so viele Möglichkeiten gibt, so ein bisschen in der kalten Jahreszeit möglichst viele Leute an besonders coolen Orten kennenzulernen. Und darum bitte ich euch, geht alle ganz zahlreich dahin dieses Jahr wieder. Wir würden uns riesig freuen.